Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder bei einer neuen Folge von Life is Strange. Wir sind mittlerweile bei der Episode 3 angelangt, jawohl, und jetzt kriegen wir wieder eine Nachricht von der guten Chloe. In der letzten Folge waren wir ja hier in diesem wunderschönen Wohnheim, haben da ein bisschen mit der Dana geredet über die letzten Ereignisse, was alles so in Episode 2 passiert ist. Wer es nicht weiß, soll sich es dann in dem Sinn angucken, Welcome to Sluts Aras, finde ich gerade witzig. Da soll sich doch bitte mal dann die Sachen von Episode 2 angucken, da ist schon was Entscheidendes passiert. Ich möchte jetzt nicht unbedingt spoilern, aber es ist schon ganz sinnvoll, wenn man dann bei den ganzen Sachen dabei bleibt. Guck mal da, das sieht ein bisschen aus wie Minecraft, aber ich schweife schon wieder ab. Ja, jetzt habe ich Nachrichten bekommen von der guten Chloe, die schaue ich mir natürlich an. Oh, sogar von Warren, okay, gucken wir uns erstmal Warren an. YoYo Max, wollte dich nur nochmal daran erinnern, wie affengeil du das heute mit Kate auf dem Dach gemacht hast. Okay, ich mache dir einen Superheldenanzug mit dem 3D-Drucker im Labor, okay, und du hast wirklich ein Essen mit mir verdient. In Klammern, mitsamt unserer Flucht auf einen Planet der Affen, aha, ruf mich an. Danke Warren, ich lege mein Kate heute Abend nicht mehr an, suspendiert zu werden ist eine tolle Belohnung, ruf dich später an. Okay, okay, so, unbekannt, erstmal Mom. So, Mom, ich ruf dich in ein paar Minuten zurück, nicht wütend sein, ich kann es erklären. Wieso? Max, bitte ruf mich schnellstmöglich an. Wir sind so stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast. Wir wollen deine Sicht dieser Blackwell-Suspendierung hören. Ruf uns bald an, okay. Ja, genau. Maxine, ich bin so froh, dass du ehrlich zu mir warst. Ich kann es jedes Mal an deiner Stimme hören. Wir haben immer an dich geglaubt. Vergiss nicht, wenn du wieder etwas Zeit zu Hause verbringen möchtest. Ist die Türe offen und dein Bett gemacht. Wir lieben dich. Danke, Mom, ich bin so glücklich, euch als Eltern zu haben. Auch wenn ich suspendiert wurde, habe ich immer noch eine Menge Hausaufgaben. Ich gebe euch später Bescheid, ob ich vorbeikomme. Max auch so, okay. Das hätten wir auch erledigt. Unbekannt. Halt lieber dein besserwisseres Mundwerk oder ich komme dich holen. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Das kennen wir schon. Du hast viel Zeit, darüber nachzudenken, was für ein verfickter Loser du bist. Okay. Ja, jetzt kann ich mir ja schon denken, von wem das kommt. Okay. Ich muss dir etwas zeigen. Trifft mich vor dem Campus, sitzt dein Argen in Bewegung. Jetzt, Max. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, der scheint auch irgendwelche Probleme zu haben. Spunnen wir aber mal zurück. Max, der Ninja, schlägt wieder. Ganz genau. Und den Campus verlassen. So, wo ist sie denn, die gute Chloe? Na, wo hat sie sich versteckt? Das scheint wirklich wie aus einem schlechten Teenie-Horror-Film. Booyah! Alter! Ja. Get it? Booyah! Like, ich bin ein Scary-Punk-Ghost. More like ein Scary-Punk-Asshole. Hey, Chloe, ich habe nicht genau den größten Tag, versucht, meine Freundin zu spüren aus dem Ruf. Ich glaube, ich brauche mich heute Abend zu spüren, okay? Sorry, aber du absoluten Balls-to-the-Walls hast du Freund. Kate hat sich selbst geschaut. Ich konnte sogar nicht benutzen, meine Macht. Meine Kopf fühlt sich wie es wurde verletzt. Und dann habe ich keine Ahnung, was zu sagen, zu ihr auf dem Ruf. Ja, das können wir ja auch noch nebenbei machen. Ich hoffe, es macht keine Scherze, Chaos-Theorie. Ich habe keine Ahnung, Chaos-Theorie. Ich habe nicht gesagt, dass es alles über die Chaos-Theorie war? Ich habe keine Kontrolle über dieses Chaos-Theorie. Oh, genau. Except für deine Möglichkeit zu... Oh, ja. Manipulieren Zeit und Sprechen? Nein, Biggie. Chloe, ich habe einfach so wunderschön mit ein paar meiner Entscheidungen. Ich meine, ich habe sogar meine eigene dumme Scherze verletzt. Alter, nicht sogar so schützieren. Wir fokussieren uns auf schauen, okay? Erstmal über Kate. Ja, natürlich, aber nicht nur sie. Tod? Am Leben? Am Feiern? Hm, Tod? Drumroll, bitte. Ich zeige die Spare-Keys zu Blackwell. Danke, stepprick. Du bist so ein Boss, Chloe. Ich habe nur noch keine Probleme bekommen. Schau mal die Probleme in Arcadia Bay. In diesem Moment, wer macht es noch mehr? Du bist in Ordnung, Max. Lege den Weg. Ich bin so glücklich, dass du mein Partner im Krieg. So lange du mein Partner im Zeitpunkt bist. Insert groan hier. Hm. Vielen Dank für mich, dass ich ein Portfolio zusammenbauen kann. Ich hoffe, die resten der Klasse wird folgen. Ich bin sorry, dass ich mich verabschiedet habe. Wie Sie wissen, es ist nicht ein guter Tag für Blackwell. Ich weiß, dass es ein grosser Tag ist und du kannst mit mir sprechen, Herr Jefferson. Danke, Viktoria. Ich bin froh, dass es ein ziemlich glückliches Ende hat. Ich weiß nicht, was ich hätte getan haben, wenn Katie aufbaut. Katie? Ich habe keine Ahnung, dass du so gut bist. Sie? Also... Wie ist das die Erwartung der All-Heroes-Kontest? Es geht nicht. Der All-Heroes-Kontest ist noch ein Geist, und ich muss noch den gewinnen, die Best-Representen von Blackwell. Ich habe alle die Fotos, außer eine von Max. Ich gebe dir eine Ein-Word-Sneak-Preview von Max. Selfie. Siehst du, meine Ente. Sie wissen, es ist besser als das. Es wäre so cool, dass wir zusammen mit uns in San Francisco sind, Mark. Stick mit Herrn Jefferson, Viktoria, bitte. Und, äh, ich habe noch nicht eine gewinnen. Sie sind ja mein Arbeit, also wie Sie spielen. Ich denke, wenn du meine Fotos wählst. Wir müssen zusammen mit uns spenden. Das könnte... Spaß, nicht wahr? Ich denke, dass du nicht so gesagt hast. Du könntest gerne mich wählen. Insofern würde ich sagen, dass du meine Fotos wählst. oder Fähigkeiten, oder was. Als Fähigkeiten für deine Zukunft, werde ich auch das in der Skies-Treat. Diese Konversation ist offiziell über, Frau Chase. Ich sage, du gehst zurück zu deinem Dorf. Warte! Ich nur... hm... Hm... Interessant, interessant. Was für ein Verhältnis, äh... besteht. Zwischen Viktoria und Mr. Jefferson. Hm? I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell's security. Step shit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on. One more door and our work here is done. I feel bad for the twee hipster who lost this beret. I bet he's cute. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Okay. So. That was a slow screw, eh? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit. Like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking. Thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key. Just in case. Why yes, I could. So. Hmm. Okay. Just suchen wir mal die Schublade hier. Nothing here. Nichts. Hier vielleicht. Nichts. Da. Boring. Hmm. Crap. Okay. Vielleicht einfach hier im Schlüsselschrank. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. So, yeah. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan hasn't made. Gut, das war anscheinend, eh, wäre zu einfach gewesen. Hey Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No. I'm just asking for fun. Thanks, science guy. Uh, no, no, no. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okay. So. Schauen wir mal, was er uns geschickt hat, der Guter. Jetzt pass auf, 007. Du musst vier Dinge finden. Zucker, Getränkedose, Klebeband, Natriumchlorat. Hier an der Anleitung, wie es geht. Aha. Irgendwollte Fragen? Natriumchlor... What the fuck? Es ist nur ein Pulver, das zur Herstellung von Chlordioxid dient. Verdammt. Das weiß jeder. Klar. Wirst du das wirklich ausprobieren? Das Stichwort ist ausprobieren. Ich beuge mich deiner Weisheit. Alright. Los geht's. Dann schauen wir doch mal. Warren ist so ein klassischer Nerd. Lass uns sehen, ob ich diese Teile finden kann. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Jetzt öffnen wir mal die Tür. Das müsste eigentlich die Tür zum Chemiesaal sein. Ja, ich kenne das noch. Prüfungsakte. Schauen wir mal. Warren angewandte Chemie, Warren Cramp B-O. Oh. Da hätte ich ihn besser eingeschätzt. Aber wir haben da noch was anderes. Wollen wir... Note verändern? Ja, warum nicht, ne? Ja. Okay. Da haben wir den Zucker. Nehmen wir mit. Sehr gut. Das sind... Es sind... Es sind... Ja. Haben wir hier sonst noch irgendwas interessantes. Alles schön gut achten. Dass wir auch hier nichts vergessen. Was haben wir hier? Ein Wischen... Ein Wischen... Ja. Ein Wissenschaftsbuch. Okay. Schauen wir mal rein. Tja. Hier steht es auch nochmal. Natriumchlorat. Ähm... Synthese. Äh... Äh... Graffiti. Was haben wir hier? Graffiti. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Ich habe nie gesagt, dass sie großartig waren. Troll. Tja. Okay. Jeder ist in der Nacht. Ich liebe sie zu wachen, aber... Ich will ein Bild. Gut. Dann machen wir ein Foto. So viel Zeit muss es sein. Danke, Fisch. Danke, Fisch. Richtig. So. Wieder ausschalten. Please resume your slumber. Genau. So. Schauen wir mal weiter. Hier muss doch noch irgendwas interessantes sein. Unkrautvernichter. Da haben wir es doch. Nehmen. Dann kommen sie wieder nicht ran. Ja. Ja. Use the damn chair. Ha. Da haben wir schon zwei Sachen. Sehr gut. Die Hälfte haben wir schon richtig. Fotografieren. Ha. Alles klar. Wollen wir doch auch direkt. Das wird wahrscheinlich in seinem Fall nicht mehr viel bringen, wenn er jetzt die E-Zigarette nehmen würde. Der hat es im Prinzip schon hinter sich. Okay. Wir gehen mal hier raus. Ich glaube, hier haben wir alles abgegriffen, was es zum Abgreifen gibt. Gut. Gehen wir mal hier gegenüber in unserem Klassensaal. Das ist wie eine Szene in einem Horrorfilm. Naja, ich fand das jetzt auf dem Campus ein bisschen gruseliger, aber okay. Ansehen. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Was gibt's da noch? Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Ja, Neid sagt man auch dazu. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. So. Alright. So, was haben wir hier? Zigaretten. Victoria's Zigaretten? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Absolutely not. Ähm, was sind wir hier? Nehmen. Ah, Klebeband. Ah, wunderbar. Ah, hier wäre auch nochmal Klebeband gewesen. Äh, was benötigen wir jetzt eigentlich noch? Schaue ich nochmal, ähm, Cookies. So. Brauchen noch, ähm, Getränkedose. Genau. Getränkedose. Äh, vielleicht ein Mülleimer. Ne, hier gibt's nicht. Wettbewerbsbilder. Die haben wir auch schon uns angeguckt. Hier war's aber, glaub ich. Hier haben wir alles. Hier gibt's nichts mehr Interessantes, soweit ich das sehen kann. Kann ich vielleicht hier, äh, hier raus? Ne. Okay, dann gehen wir mal wieder aus dem Stübel raus, gell? Schau mal. Direkt, äh, äh, ah, hier ist ne Getränkedose. Okay. Ich habe die Kante. Ich sollte wahrscheinlich diese Items finden jetzt. Jetzt ist es Zeit, um zu zeigen, Chloe X ist die Bomb. My X ist die Bomb. So, hier, Cates Schließfach. So, dann gehen wir mal wieder zu der Chloe zurück. Jetzt haben wir ja alle, äh, Bestandteile. So, grüß Gott, Max. Aber, ich würde sagen, bevor wir hier uns ne schöne, äh, Rohrbombe basteln, äh, beenden wir die Episode und schauen uns das das nächste Mal an. Dann habt ihr was, auf das ihr euch freuen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oder schreibt was in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Life is Strange Episode 3. Yes. Jo, das soll's mal von mir gewesen sein. Euer Lauchma. Arrivederci.